Und Willkommen zurück zu Left4Dead Kampagne Flug zur Hölle, glaube ich Ja, diesmal ist mir gemerkt Okay Und das trifft auch zu bei den Idioten Die hier mit uns unterwegs sind Ja, wenn der Weg das Ziel ist, dann trifft das auf jeden Fall zu Okay, es ist ein sehr enger Gang hier Ach gut, hier wird's breiter Boah Wie oft der mich schon angeschossen hat, alter Ja, ach der Typ, ist einfach mal Schon eine Geh weg So, Kanisterverteilung Legt, es legt, ah Achso, gehen wir da wieder hoch, oder? Wollen wir natürlich nicht Ich hab hier noch mal ein Kanister in die Mitte Oh, hier gibt's ja ganz viel schönes Zeug Zum Beispiel zwei Molotow-Cocktails Oh, es ist doch nicht wahr, alter Kann der Typ das schon wieder nicht abwarten Nein, 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 hier kommt ihr nicht hoch Nein, 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 hier kommt ihr nicht hoch Als wir fangen Leider links ist ein Smoker unten Weilen wir ihn nur kaputt, einfach mal Ja, ich seh ihn ja nicht genau, ich seh nur seine Rauchfolge. Da ist er. Und mehr, hab ich gesagt. Super! Der wollte dir deine Wrieskasse klauen. Kann er machen, ist eh nix drin. Ich hab gleich keine Munition mehr. Ich glaub, hier drüben ist welche, oder? Achso. Ne, doch nicht. Boah, hier sind so viele Kanister. Boah, boah, boah! Boah, boah, boah! Hilfe! 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 Wo ist er denn? Achso. Jetzt hab ich unterwegs irgendwo meinen Kanister hier verloren. Oh, da. Muss ich da wieder hin? Nein, natürlich nicht. Heim ich mal kurz. Ich hab dir da unten einen Kanister hängen. will... Rüber, der geht es hier in der Haus 3. Tabletten. Wir sind Tabletten. Ich mein, ich geh da schon vorsichtig um die Ecke, weil ich wohl genau wusste, dass einer kommt und du rennst ein und hast ihn im Gesicht. Ne, ich hab gedacht, der sitzt unten irgendwo, aber der kam direkt von oben runtergefahren. Nein, der saß unten. Der ist nur gesprungen in dem Moment. Bei mir saß er, kam einfach weg. Irgendwas hat mich angeschlappert. Danke. Ah! Da hast du keine Money eingesammelt? Doch. Ich war nur gerade nicht dazu gekommen nachzuladen. Hier sind noch mehr Tabletten. Umwee. Könnte es nicht sein. Ich kann mir die Pillen. Kommen wir mal zurück in Money holen? Ach. Hier gibt's Waffen! Denn hier gibt's Waffen! Ah! Molotov! Meine! Und eine Rohrbombelicht ja noch. Das ist denn meine. Echte Laterne hier. So, wo lang? Keine Ahnung. Hier. Wir sind Zombies. Hier sind wir richtig. Oh! Verzeihung! Oh! Oh! Hey! Wie! Jetzt? Jetzt? Zwei! Wie! Das ist ... Wie! Auch hier ist ... Hier wurde ... Mann wie oft lädt er denn nach hier der Knalle? Ich heil mich denn mal So, hervorragend Oh, Meli und Molo Moli 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 Verbandzeug Ne, ich will lieber die Pipe Hast du die Pipe jetzt aufgenommen? Ne, ich hab Molotov Pipe liegt ja noch Hier ist ne Rohrbombe Moli Clippingfehler So, der andere Typ ist schon mal fertig Mh Ich glaub ich hab nen Hunter gesehen Hier ist Moli Auch nochmal Moli Das brauchen wir ja nicht Und hier ist nochmal Verbandzeug Also du kannst nicht heilen Ja, ich nehm's erstmal mit Ja, heilen werde ich mich noch nicht Ich glaub wir gehen mal hier drüben hin Während der Bob hier Hier ist noch Moli Ja Ja Ich wollte ihn doch hauen Na toll Hinter dir nicht noch Moli da in der Ecke Mh Kannste ihn neu holen Johnny Potsmogel Smokin' my court Mh 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 Der ist auch knusprig durchgebraten Darf ich mir hochhelfen, junge Dame? Ja, vielen Dank, mein Herr. Zu freundlich von Ihnen. Ich brauch mal kurz ein Pflaster. Ich hab ein Hühnerauge. Und dann werde ich nochmal gleich von meinen Teamkameraden wieder angeschossen. Weil es ist ja nicht möglich, einem Kollegen vorbeizugehen auf anderthalb Meter Entfernung. Das ist schon schwer. Hier ist nochmal Molly und Pipe. Molotov, ich nehm ne Rohrpumpe. Ich nehm ne Rohrpumpe, hab ich gedacht. Du bist auch auf dem Kunde, ey. Oh, ich hab schon mal keine Muni mehr. Wie ist das passiert? Ich hab auch nicht mehr viel. Oh, mach mal ein bisschen Pistolen hacken. Wo ist das passiert? Du bist nicht an! Wo ist das passiert? Nö. Wie nö. Nö. Oder nicht. Boah! Ja, man muss natürlich mich anschießen! Wenn keine Gefahr ist, kommt von hinten hinterher Gedackelt und schießt mich an. Ist richtig. Er sah so attraktiv aus, dass er gedacht hat, schießt mich nicht mal an. Warum nicht, ich muss ein Auto fahren hier? Nein. Oh. Hallo, hier wird nicht hingebrochen. Alter, ist hier denn stumm? Gehst du darauf ernsthaft eine Antwort? Nein. Hat sich gerade erledigt. So, meine Muni ist dann auch alle, meine Primär-Muni. Ah. So. Wo waren wir? aber keine munition oder ich glaube hier gleich drüben gibt es money hier gleich drüben das ist sachbeschädigung als wenn ich schon genug kaputt er wird die versicherung nein aber 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 ein ist die hilfe finde ich gut haben wir mal wieder natürliche selektion hier oder naja egal erst denken und dann leben Boah, ist jetzt hängig ganz dicht. Hättest du da auch ne Antwort? Nein, wir haben's doch mal geschafft, Kollege. Was ein Kunde. 39 Kills, das muss man schon mal hinkriegen. Das muss ich sagen, ne? Ich weiß, ob ich jetzt den Tank noch ein bisschen gehauen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, wir unterbrechen dann mal, wir sehen uns gleich. Alter, was bist du für ein Spaten, du Horst? Wollen die nicht irgendwie kicken oder so? Wie viele herauswerden, den. Drück mal bitte auf eins. Ja, oder so. Lass ihn einfach liegen. Ja, na klar. Okay, jetzt können wir ihn aufhören. Mein Scheißgesicht, Alter. Na ja, wir unterbrechen dann mal kurz. Bis dann. Und tschüss.